Das Schiff skaliert halt mit der Dummheit der Gegner, die gegen euch spielen. Zeiten kenne ich auch noch. Oh, Hallöchen, Dankeschön. Also wenn sonst nichts ist, Flavor, aber wir können die Sache natürlich auch noch verlängern, ne? Brille ist hier. Wo ist die Brille, Junge? Ja, die Brille ist hier. Huda, Loi, Black Bayard. Jombard, Friedrich, Illinois. Illinoir. Scheiße, von der Illinoir müssen wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen, Leute. Oh, der Illinoir. Andy, guten Abend, Moin. Vielleicht noch ein bisschen mehr als ISDN-Geschwindigkeit, aber Leute, gefühlt nicht viel mehr. Verlängerung? Na, vielleicht. Verlängerung. Oh, shit. Das können wir nicht machen, Leute. Meine Güte, Junge, der ist, der Autopilot kriegt ja gar nichts hin. Da kann ich nicht mal einen scheiß Ruder einschlagen. Der Autopilot ist echt so lächerlich, Alter. In zehn Minuten runtergeladen hat. Oh, das hast du damals gemacht, Alex? Meine Fresse, du. Alex, du bist aber auch wirklich echt ein sehr angenehmer Zeitgenosse, muss ich dir mal so mal sagen. Das war gestern schon, das war gut. Wir konnten leider nicht so viel quatschen, wie ich gerne gehabt hätte, aber das war eine schöne Zeit. Na? Er ist nach vorne gefahren, oder was? Ja, ich will jetzt nicht megamäßig weit weg fahren, aber Leute, also, DJB, den müssen wir rausfahren, ne? Der steht da ziemlich offensiv. Und den sollten wir eigentlich auch rauskriegen, nach meiner Ansicht nach. Bam. Wie läuft's, farmt sich ne Olli, Junge? Ganz halt, das Flugdeck, Leute. Irgendjemand aufmachen. Macht den keiner mehr auf, ne? Das kann nicht wahr sein, ne? Oh, Andy, herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr schön. Ja, die Boisee ist, ja, gut, na ja. Aber die ist jetzt auch nicht komplett kacki. Also, kann man schon fahren, die Boisee. Auf jeden Fall. Kann man fahren. Was ist das da wieder, Leute? Bis jetzt haben die ja schon ganz schön Bock hier auf mich, aber ich würde mich davon jetzt nicht beeindrucken lassen. Sonst ist das eigentlich nur die Illinois, ne? Na, ich weiß nicht, ob wir heute an den noch drankommen, Leute. Ich glaube, der Lock-On war weg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und außerdem steht er da so komisch zwischen den Inseln. Könnte gefährlich werden. Ja, siehste, wusste ich nämlich. Fallen sie nämlich auf die Lock-On war weg. Befallen sie nämlich auf den... ...auf den Stein vor ihn. Ansonsten, der hat gerade schön Damage gekriegt. 9000 und ein Brand, ne? Überlegt mal, da wäre jetzt noch ein bisschen mehr drin gewesen und dann hätte es geklingelt bei ihm. Dann wäre es vorbei gewesen. Ja, ist doch schön. Ist doch aber ein schönes Premium-Schiff, die Boisie, Andy. Ist doch ein schönes Ding. Ist doch gut. Bei dem Geschenken-Gaul guckt man nicht ins Maul, sage ich immer so schön. So, ein bisschen pushen, auf jeden Fall. Ich werde... Ne, ich gehe hier... Gehe hier nose in. Leute, so. Damit ich nicht so... Oh, shit. Ich habe viel zu weit weggeflogen. Weil ich ein bisschen Schiss um meine Bayar habe. Und die Bayar ist die einzige... Also, ne? Da ist sonst nichts mehr weiter, Leute. Nein, die Mugador. Oh Gott, Junge. Mann, wir hätten ihn doch auch so gekriegt, du kleiner Trudel, Junge. Ach, du bist so ein schlechter... So einen schlechten Gamer immer, Leute. Wahnsinn. So, jetzt ist er raus. Bamm. Enemy, battleship destroyed. Wirklich ohne jedes Problem. Es war klar, dass ich den da rausnehme. Ich meine, er steht nose in an der Insel, Leute. Das ist eine Frage der Zeit. Er ist ja dead. Also, ich meine, vor allem, das ist auch noch ein JB. Die sind jetzt nicht mega krass gespanzert gegen uns, ne? Die Bomben hier, die haben einen Pen von 40. Ich glaube, 40 Millimeter haben die Bomben im Pen. Der macht ja gar nichts. Wollt ihr mal intelligente Daten machen? Vielen Dank. 22.000 Schaden, Leute. Wild. Der ist ja echt krass. 22.000 ist echt viel. Wir gehen auf die Bayar. Ich werde mal versuchen, den zu treffen. 5.000. Oh, shit. Da ist alles dagegen gegangen, gegen ihn. Oh, nee. Ein Pen und ein Overpen hat es sogar noch gegeben. Na, Mensch. Top. Wieder 9.000. Verkürzter Ladezeit. So, wir warten hier noch, bis die Bayar hier rumkommt und full Broadside steht. We've destroyed an enemy cruiser. Autopilot mode enabled. Not mal, geil. Ja, vielleicht trifft ihr uns ohne Top. Autopilot mode disable. Nicht mal. Geil. Gut, die haben wir besser, Leute. Wieder 136.000. Leute, ich fahre mir hier einen Arsch ab bei diesen Leuten. Die Runde kriege ich bestimmt wieder einen Kampfsperr, wenn ich Glück habe. Na, 34.000 reicht vielleicht noch nicht ganz. Ah, zu tief. So, die Pommern hat wieviel Leben noch? Sieht ja noch ganz gut aus. Was mit der Bayer passiert? Ah. Bayer hatte keinen Bock mehr hier bei uns. Tja. Gut, die gegnerische Bayer hatte ja auch irgendwie keinen Bock mehr dann. Was soll ich dagegen sagen? Ich meine, wenn man keinen Bock mehr hat, Leute, dann muss man ja halt einfach irgendwie rausschießen, ne? Das sind die Phil-Bombas. Oh ja, so sieht's aus, Leute. Sag mal. Ey, der hat 6.000 Leben, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst, dass wir hier so lange auf dem, den so lange leben lassen, Leute. Nein, Gott. 165.000! Na, sicher, Leute! Einen Arsch farmen wir uns ab in Ranked. Meine Fresse, du! Das ist ja Wahnsinn! Sagen Sie, wie viel Schaden wollen Sie machen? Mehr? So, Digga. Und jetzt ist das No-Sin. Eigentlich, das No-Sin-Battle können wir nur verlieren, aber wir haben ja noch eine Fommeln mit uns dabei, sozusagen. Ich fahre hier weiter. Leute, nicht immer so ängstlich. Ich meine, muss man auch mal ein bisschen drauf. Ich meine, ich mache mir so viel Damage, ich weiß ja, wie ich zielen muss, ne? Super Structure, Kasematte, machst du halt immer Damage aus der Entfernung. Das ist halt... Meine 6.000 sind 10% von seinem Leben, Leute. Das kommt jetzt hier alle 15 Sekunden oder... Ja, 22 Sekunden ist der Reload noch. Was soll da, was soll da sein, Leute, dann... Oh, der war zu tief. Dann abführen wir jetzt Bomben und mit dem können wir ihn killen. Genau. Um und weg. 191, Leute! Junge, die Atombomben. Die kleinen Atombomben. Wie geht's? Gut, also, aber... Ich will halt auch nicht sagen, aber Leute, die haben uns halt auch wieder hier in die Karten gespielt. Ohne Ende. Das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie die Gegner und... Also, ich meine... Ja, wenn man eine Delaware halt farmen lässt, dann macht das Ding halt schon Damage, ne? Das macht halt schon Damage. Ich meine, der Friedrich steht die ganze Zeit nicht geängelt, kriegt Schellen von uns. Bam. Dann die Jombar stellt sich einfach nose in. Ich fliege die ganze Zeit mit Bombern drauf. Rums. Also... Ich weiß ja nicht, Leute, aber... Ich meine, das ist dann halt auch relativ einfach. Ja, der Friedrich hier. Naja, sorry. Also... Guck mal, das ist auch alles Alpha, Leute. Alles Alpha. Wenn ihr denkt, dass wir mit Bränden irgendwie viel Damage machen oder so. Am Arsch. 506 Damage haben wir eben gemacht mit Bränden. Der JB haben wir mit Bränden viel Schaden gemacht, weil der nämlich die ganze Zeit nose in gestanden hat, ne? Aber vor allem ist der Alpha-Schaden von den Bomben Wahnsinn. Schaut euch das mal an, wenn man die pennt. Also, den haben wir nicht gepennt. Das ist ein Friedrich der Große, ne? Gute Deckpanzerung. Kommen wir nicht durch. Jombar. 16 Bomben. 21.000. Das ist ein Drittel von seinem Schiff. Nur durch Bomben. Dann schieße ich nochmal ein bisschen mit meinen Geschützen drauf. Machen nochmal 9.000. Dann gibt es noch Brände dazu. Der ist tot. Ich kann gar nichts machen. Der ist einfach weg. Schätzt dich nose in hin. Bist du tot. Ja. Mein gut, der hat sich ja genauso hingestellt, dass man ihn halt rausfarmen konnte. Die Position da war einfach nicht gut. Ich weiß nicht, was soll ich sonst sagen zu dem Schiff? Also, ich meine, prinzipiell, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, weil das können wir auch gut und gerne und ruhig und wunderschön mal zu YouTube bringen, würde ich meinen. Mal so als kleines Delaware-Video. Hauptbewaffnung ist, glaube ich, klar. Wir nehmen hier auf jeden Fall den Plotterraum mit für die verbesserte Dispersion. Dispersion, denn unsere Turmdrehzeit ist relativ gering oder nicht so gut, sage ich mal. Relativ hoch, also langsam. Und die würden wir damit weiter verschlechtern, deswegen auf jeden Fall den Plotterraum mitnehmen. Der Rest ist klar. Hier auf jeden Fall die Luftgruppenmodifikation mitnehmen. Ihr seht selber, wie viel die Bomben an oder die Bombair an Damage machen. Das ist das, was wir hier weiter verbessern wollen. Hier kann man sich überlegen, ob man noch den Plotterraum haben will. Leute, das Schiff hat 22 Kilometer Range. Ich nehme deswegen weiterhin die Hauptbewaffnungsmodifikation 2 mit, wenn es einfach hilft. Verbesserte Module sind, glaube ich, klar. Und als Captain-Skillung sowas. Hier kann man sich überlegen, ob man Läuft wie Geschmiert wegnehmen möchte und dann vielleicht Wachsamkeit oder Brisk. Also strammes Tempo. Sehr, sehr stark auf jeden Fall auf den Ding hier. Ich habe mich jetzt hier auch nochmal für Turmdrehzeit entschieden und damit sind wir dann jetzt mittlerweile bei einer wirklich guten Turmdrehzeit von 32,6 Sekunden für die 180 Grad Drehung. Und ja, der Rest ist eigentlich alternativlos. Den Skill hier auch auf jeden Fall mitnehmen. Fokus-Feuer-Ausbildung sehr, sehr gut. Hilft auch nochmal, Vorbereitungszeit der Flugzeuge zu verkürzen. Macht dir ein kleines bisschen besser, aber komm. Aber der Skill ist auf jeden Fall auch gut, wegen den minus 5%. Und der Rest sind standardmäßige Flachtwürf-Skills. Jo. Also, ich sage euch ganz ehrlich, jetzt im Ranked ist das Schiff tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Weil man halt auch gegen Zerstörer spotten kann. Weil man echt gut farmen kann. Da ist das Schiff wirklich gut zu fahren. Im Allgemeinen, im Zufallsgefecht, finde ich ihn selber jetzt nicht ganz so gut, die Delaware. Aber, wenn man es nicht so eng sieht und einfach auch mal broadside steht, auch weit weg von den Gegnern. Also, das Schiff skaliert halt mit der Dummheit der Gegner, die gegen euch spielen. Ich meine, man kann halt nicht die Backern einsetzen, wenn man halt einen einigermaßen guten Schlachtschifffahrer im Gegnerteam hat. Der zieht halt euch dann raus. Der sieht das, gebt euch Crossshots und dann seid ihr fertig. Bei der Musashi da in der einen Runde, die wir gefahren sind heute, da wusste ich ganz genau, das kann ich jetzt hier nicht machen. Und da macht man halt schon deutlich weniger Damage. Weil dann hast du halt wirklich nur 6 Guns. Und 6 Guns sind 6 Guns, ne? 6, 6 Guns sind halt... Ne? Aber abgesehen davon, die Planes machen wirklich viel Damage. Das ist gut. Und... Dann kommt er eigentlich auch irgendwie schon immer auf euren Schaden, wenn ihr halt bis ans Ende der Runde überlebt. Das ist halt wichtig. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke. Bis zum nächsten Mal.